Ja, willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Diablo 1, der Hellfire HD-Version von GOG. Ich möchte mich erstmal für die letzte Aufnahmesession entschuldigen. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, dass die Musik irgendwie sich auf Max wiedergestellt hat. Deswegen war es noch ein bisschen laut, was ein bisschen blöd war. Und ja, ich hatte es selber irgendwie nicht gemerkt, weil ich bei mir am Headset den Ton runtergedreht hatte. Ah, tut mir leid dafür. Gut, wir machen einfach mal weiter. Unser Inventory ist leer. Was haben wir gerade, so ein Quest? Nix. Und ja, wo waren wir? Ach ja, wir sind hier ja kurz vor Schluss das letzte Mal gestorben. Ich sehe es auch schon eine Woche wieder her. Nämlich an den netten Damen hier. Gehen wir nur um die Ecke. Kommen sie, oder? Ja. Komm her. Gut. Äh, ja. Überall ziemlich viel Hölle los. Und ja, das war jetzt nicht als Wortwitz gemeint. Da liegt was rum. Ja, K-Five habe ich lieber als K-Five. Ah, und als die Gift-Spucker. Beziehungsweise das eure Spucker. Okay, da sind doch sehr viele. Boah, hier ist er. Wie küsst was los. Na komm, bleibt da, wo ich euch schlagen kann. Oh Mann ey, jetzt bleibt sie sogar mal stehen und ich treff sie nicht, für's Mist wie ihr. Ah, da kann man echt ein bisschen den Hass kriegen. Und ja, um euch aufzuheitern, es wird nicht besser werden. Eher schlimmer. Ja ja, das kennen wir bereits vom letzten Playfuh. Ja. Gut. So viel dazu. Und ihr seht schon, was für ein Problem Eile so gut sein kann. Nicht nur, dass wir schlecht treffen. Was zur Hölle? Squall of Apocalypse. Okay, hab ich auch noch nicht gesehen. Ihr könnt euch dann ja sicher vorstellen, wie spaßig die anderen Räume werden. Oder die anderen Ebenen. Gerade wenn wir dann unten sind, auf den letzten Ebenen, wo es viel zu viele Feuermagier gibt. So, geh sterben. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Okay. Das wäre jetzt fast ein Freitod geworden. So. Kokon. So. So, hier. So. 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 So, so. Not enough mana ja genau jetzt verpulvere ich das man aber was ich eigentlich brauchen würde ich habe hier keinen mehr ich muss also bald wieder die stadt so level ab vier punkte hier ein punkt da das nächste mal ein punkt hier ein punkt hier und also hier ein als da zwei da zwei ja so gold gold ist immer gut und bleib hier portion of mana gegen die habe ich nichts ja sieht eigentlich so aus als hätten wir hier alles tot da oben waren wir noch nicht ganz fertig gehen wir also erstmal da oben hin wo kommt ihr denn hier zu mir eingefallen und stirb auch das hier oben das war hier oben ja 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 Genau, viel zu viele Sukkubi. Die war aber mittlerweile wieder leichter treffen. Da kommen die verdammten Viecher. Ja, ist sie gerade kurz die Treppe runter verschwunden und hat sie dann an mir vorbeigeportet? So, du bist tot. Triff endlich mal! Oh Mann, ey! Da guckt, die ist fast instant gestorben. Die andere prügelt dort rauf und trifft kein einziges Mal. Was für ein Mönch bist du, ey! Okay, immer noch sehr viel Dauerfeuer hier oben. Puh! Immer noch viel zu viel Feuer da oben. Ah, ja. Okay. So. Einmal ein Säurebad genommen, bitte. Das war nur ein Composite-Bow. Und ja, auch wenn die Ausbeute jetzt nicht groß war... Das ist wieder hoch. So, was hast du? Was kann ich für dich machen? Das waren Premium-Items. Ein Amulet of Vigor. Hast du mal zu abwechseln vielleicht einen Ring? Staff of Swiftness, den haben wir schon. Schwert. Stab. Ring of Vigor. Der ist gekauft. Wow, was kann ich für dich machen? Wir haben nämlich eh gerade keinen Ring. So. Wow, was kann ich für dich machen? Reparieren. Einfach mal das reparieren. So. Ein Item ist keine mehr vorhanden. What ails you, mein Freund? Oh, oops. Hmm, ja. Notfall-Heiltränke. Hm. Also Notfall-Heiltränke. Hm. Die Scrolls können wir verkaufen. Pfff. Eine dicke Mana-Potion kaufen. I sense a soul in search of answers. I sense a soul in search of answers. So. Wie gesagt, bevor wir den Dungeon hier, down to hive, also das Nest machen, äh, will ich erstmal die Höhlen fertig haben. So. Ah ja, ein bisschen mehr Live-Farben ist keine schlechte Idee. Okay. Ja, wir sind auf zwölf, das heißt, äh, sind wir auf der letzten? Ja, wir sind auf der letzten. Das wäre, das wäre eigentlich auch der Grund, warum das hier gerade so schwierig ist. Äh, den Spell. Wow. Genau, kommt alle hier. Ja. Den Riot-Glied. So, der Nächste bitte. So. Dropped. Etwas hat gedropped, ja. So, das heißt, wir haben nur noch da oben. Wo ich eigentlich ungern hin möchte, aber uns nichts anderes übrig bleibt. Na, kommt jemand her und will ein Stück von mir? Na, kommt. Oh, da ist auch noch ein Boss dabei, kein Wunder. Möhn. Oh, da ist auch wieder. Oh, da ist auch wieder mit dem Zitieren. Oh, das wird schon falsch Middle of dir.